Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 3. Oktober 2024, sprechen wir über ein Bitcoin-Trading-Pattern. Wir sprechen über die SEC und deren Gerichtsfall gegen Ripple. Dann sprechen wir über Phantom, oder soll ich sagen Sonic. Und zum Schluss sprechen wir noch über das Tron-Netzwerk und deren Umsätze. Springen wir in diese erste News-Story, und zwar diskutieren momentan gerade sehr viele Trader, in welchem Handelsmodus sich Bitcoin gerade befinde. Ist es eher bullisch, ist es eher bärisch? Das ist so ein bisschen die Diskussion, die vor allem auf den sozialen Medien vonstatten geht. Ein solch sehr bekannter Trader ist sicherlich Peter Brand mit seinen 740.000 Followern auf X, sagt er, momentan sei Bitcoin in dem sogenannten Three Blind Mice and a Piece of Cheese Pattern. Also drei blinde Mäuse und ein Stück Käse. Da fragt man sich natürlich, auf der einen Seite ist das wirklich ein Trading Pattern, also ein Muster aus der technischen Analyse, oder ist es vielleicht eine Anspielung auf ein anderes Muster, das man Three Black Crows, also drei schwarze Raben nennt. Unabhängig davon muss jetzt Bitcoin sicherlich in den Bereich 65.000 US-Dollar wieder steigen, diesen idealerweise natürlich auch wieder halten, damit wir in Richtung 70.000 US-Dollar gehen. Und das bestätigt Peter Brand auch nochmal, er sagt die 70.079 US-Dollar Grenze ist eine wichtige, die für ein bullisches Reversal tendenziell erreicht werden müsste. Dann haben wir gestern über den XRP ETF gesprochen und tatsächlich ist es soweit gekommen, die SEC fordert nämlich nochmal Ripple vor Gericht. Wir hatten ja letztes Jahr schon darüber gesprochen, dass Ripple den Gerichtsfall tendenziell gewonnen hat, weil ein grosser Teil der XRP Tokens nicht als Wertpapiere kategorisiert wurde. Die SEC ist jetzt wieder vor Gericht gegangen und hat das Ganze nochmal anfechten wollen und hat gerade gestern die Anklage wieder eröffnet bzw. eine Anfechtung eröffnet. Zusammen mit diesem Schritt ist allerdings bei der SEC etwas Interessantes passiert, das ich nicht überall sehe und zwar ist der sogenannte SEC Enforcement Chief, also der oberste Vollzugsbeamter, Gubir Greval zurückgetreten. Greval ist sehr bekannt dafür gewesen und wurde auch sehr stark dafür kritisiert, sehr starke Massnahmen gegen Kryptounternehmen durchzuführen. Ob sein Rücktritt damit zusammenhängt, das ist jetzt natürlich unklar. An seine Position wird Sanjay Vatva steigen, ist nicht offiziell sein Ersatz, aber zumindest temporär wird er diese Aufgabe übernehmen. Nichtsdestotrotz ist der Ton der SEC ganz klar. Ripple, spezifisch XRP, ist ein Wertpapier und muss entsprechend angeklagt werden. Sie gehen jetzt natürlich nach wie vor auf den grössten. Ripple ist diesbezüglich einer der grössten Kryptowährungen, die momentan vor Gericht sind und sie haben natürlich auch tiefe Kassen, um das Ganze zu bezahlen. Dann sprechen wir über Phantom oder soll ich sagen Sonic. Denn Phantom oder ehemals Phantom plant ein sogenanntes Rebranding auf den Namen Sonic. Das Ganze wird sich auch vom FTM-Kürzel auf $S abändern und Phantom Labs wird nun offiziell Sonic Labs heissen. Ziel sei es unter anderem auch die technischen Upgrades mit einem neuen Namen zu kommunizieren. Technische Upgrades wie der Fakt, dass 2000 Transaktionen pro Sekunde möglich seien im Vergleich zu den 30 Transaktionen, die Phantom momentan erreicht. Die sogenannte Finalitätszeit wird etwa eine Sekunde betreiben und das zeigt ganz klar, bei Phantom ist etwas gegangen im Bärenmarkt. Und jetzt fragt man sich natürlich, könnte es eventuell wieder zurückkommen in die Top Charts, denn die Aktivität bezüglich dezentralisierten Applikationen und im DeFi-Bereich ist tendenziell steigend. Also die TVL-Zahl hat vor allem in den letzten 30 Tagen extrem zugelegt, etwa um 55%, was natürlich im Vergleich zu den anderen TVL-Zahlen immer noch sehr, sehr gering ist, mit etwa 108 Millionen US-Dollar, zeigt aber nach wie vor, dass die Aktivität am steigen ist. Ein neuer Token wird auch lanciert und der soll bis Ende des Jahres noch folgen. Und zum Schluss sprechen wir noch über das Tron-Netzwerk und sprechen über deren Umsätze. 577 Millionen US-Dollar im Q3 wurden erreicht, das hauptsächlich, weil Tron jetzt auch auf Stablecoins setzt, sowie einen Teil des Meme-Coin-Marktes übernommen hat. Und das zeigt ganz klar, Tron ist als Meme-Coin-Produzent ernst zu nehmen und trotzdem ist es schon wieder nicht mehr so populär, wie sagen wir vor 30 Tagen. Vor 30 Tagen habe ich diese Bewegung ein bisschen festgestellt, dass viele Leute plötzlich auf Tron-Meme-Coins traden. Natürlich auch dank der Plattform Sun.fun, also eine Anspielung auf Pump.fun. Aber seither höre ich nicht mehr so viele von Tron wie auch schon. Ob das einfach ein Marketing-Push gewesen ist, um Tron spezifisch im Stablecoin-Bereich auch nochmal zu etablieren, bleibt jetzt natürlich fragwürdig. Nichtsdestotrotz, die Umsätze sprechen zumindest für den Moment für sich. Um von einem Erfolg zu sprechen, glaube ich, müssen wir aber die gleichen Trends auch im Q4 entsprechend miterleben. Das war es von dem heutigen Podcast. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann. Wir hören uns morgen wieder.